Ich wollte dich hauen, aber ich hab's nicht gelassen. Ich hab so's dumme Gefühl, dass da ein ganzer Raum voller Slimes ist. Okay, weiter geht's. Wie James Bond. Okay. Schluck die Tränke. Ja, los. Was jetzt? Vivas Feuerresistenz. Alle Tränke oder Vivas? Also ein Schnelligkeit ist ein Feuerresistenz. Die Tür geht nicht. Wie soll ich das trinken? Moment. You may sleep. Ja, wie denn trinkt? Ja, essen. Ja, ach so. Ähm, ich werde trotzdem sterben. Yay! Nein! Ich bin so ziemlich überall reingesprungen gerade. Hilfe! Ich verblende gerade. Geschafft. Okay. Okay. Ich habe mich gerade nur gelöscht. Deshalb guck ich hier ne? Wie lange hält denn der Trank? Doch, kurz. Woaa! Wieso steht das bei... Wieso steht das bei Mumumo? Jaaaaah! Oh Gott! als wir kommen aus was auch der Lava du musst zurück ein die Prozent ein die 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 St und Prozent Ein Trank der Geschwindigkeit hält nur noch 10 Sekunden. Meiner ist schon weg. Nee. Ich komm da nicht, das reicht mir nicht, der Sprung da. Der verarscht uns wieder. Jump, I promise I catch you. Das verspricht uns jedes Mal. Wann sollen wir ihm den glauben? Könner! Ah, ich seh vor diesen leichter Flammen nichts mehr. Ich weiß, dass ich heiß bin, aber... So, so. Aber was brauchen wir jetzt, die Redstone-Fackel? Wie komm ich jetzt da rüber? Willst du mir helfen? Ich komm da nicht rüber. Ich muss den zweiten Trank der Schnelligkeit haben. Du steigst auf die Platte da oben, rennst und springst hier rüber. Mit Sprinten natürlich. Mit Sprinten? Du steigst drauf, dann wartest du. Warten! Du musst natürlich warten, das ist ausgefahren. Das steht doch auf dem Schild. Das steht doch auf dem Schild. Was denn? Ich lese nicht. Ich kann nicht lesen. Äh, Feuerresistenz 35 Sekunden. Du kannst auch nicht mehr Zeit. Ja los, schnell. Wieso steht da Wait? Jetzt wartest du. Jetzt läufst du. Laufen. Sprinten. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich glaube, mein Trank ist gleich alle. Dann trinkst du noch ein. Oh Gott, ich werde nicht mehr. Ah, Feuerresistenz ist gleich weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab gleich... Ich hab nur noch einen. Ich hab nur noch einen. Scheiße. Schaffst du's jetzt? Geh drauf. Doppel W ist Sprinten übrigens. Und jetzt. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ja, super. Ja, mich zu schlagen übrigens auch nicht. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Jetzt geh einfach auf den Block. Dann kommst du rauf. Ja. Ah, ich hab so viel Skill. Das glaub ich nicht. Ich brenne. Ich brenne. Ich bin so heiß. Dann gehst du was alles am besten. Aber unten hinten. Dass wir wüssten, wem welches Zeug gehört. Ja, leere Flaschen. Eisengitter. Das Bett nehm ich mit, oder? Nee, das wäre schon 60 dann rein. Das war doof. Geh mal weg. So. Hier musst du dich reinlegen in dein Bett. Oh, ich bin aus dem Bett gefallen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ein Zombie. Lachst du gut. Warte. Ich glaub wir brauchen eine lange Schnelligkeit. Schock mich jetzt bloß nicht. Sollen wir da auf diesen Glowstone da drauf, oder was? Versuch's mal. Hör auf wie zu schieben. Hä? Was steht da? Das sind unsichtbare Blöcke hier. Hä? Ich wette, jetzt fall ich neben raus. Hä? Okay. Deswegen haben wir uns nach Bett hingestellt. Ähm. Ich glaub ich lebe hier doch meine Sachen ab. Warte, Momentchen. Scheiße, ist das gemein. Anderes Texture Pack. Ne. Nehmen wir mal eine Fackel mit, oder vier Fackeln oder so. Ne, die verdient auch immer. Ja, dann kannst du nichts machen. Ich mach mal dieses Schild da weg, weil ich seh nichts. Oh. Look up. Und jetzt? Ich versteh das nicht so. Ja, ja. Ja, da ist Leben. Was soll uns das jetzt sagen? Ich versteh das nicht. Ähm. Wo müssen wir denn hin? Was soll denn das sein? Look up. Okay. Ah, sollen wir vielleicht diese... Guck mal, da sind überall diese Glowstones. Sollen wir da vielleicht überall hin? Okay. Ich versuch's mal. Wenn du... Du siehst ja den Umriss von dem. Wenn du mit Shift gehst, dann geht das schon. Jetzt bin ich unterm Lehm. Ich glaub wir sollen... Ach so. Nimm Fackeln mit. Nimm... Nimmst du mal Fackeln mit, du kannst nämlich hier Sachen platzieren. Oh Gott, das ist spannend. Okay, wir sind ein... Oh, Ruckel. Ja. Wir sind eindeutig von der falschen. Ja, okay, warte. Ich komm. Ich geh zurück, hol mir Fackeln. Ich weiß den Weg schon, wie er ist. Ungefähr. Nimm diese Scheiße. Dafür sind sie, glaub ich, gedacht. Naja, gib mir mal ein paar Fackeln. Nehme die normalen lieber. Stopp. Ja. So, okay, so. Siehst du, ich hab das mit dem Lehm rausgefunden. Oh mein Gott, ich bin gelblich nicht so geschaffen. Ja. Mir ging die Sachen aus. Noch eins hoch. Noch eins hoch. Noch eins hoch. Auf. Auf. Was denn? Meine Fackeln. Meine Fackeln. Das mit den Fackeln ist voll verwirrend. Ich geh lieber ohne. Nein, ich nehme die Fackeln mit. Was ist das? Also bis dahin... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es ist dabei kein Beispiel. Die Fackeln. aber das ist doch so blöd Nein, 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 ich hab noch Redstone von mir gefunden Ach, scheiße Ich hasse nicht zu sterben Das mit dem Leben mal auch Oh, ne, nur ein Seitenschritt, ey Du musst einfach mit Shift gehen, dann geht es Ja, super Äh Ich will aber nicht mit Shift gehen Musst du aber Ich glaub, ich hab's jetzt gleich Da muss... Wer auf dich runterfallen Also ich bin echt... Ja, mit Shift gehen, du bist super Und dann, wenn es die Seite geht, was mach ich dann? Dann schaust du, ob du nach unten oder nach oben helfen musst Du musst jetzt irgendwo nach unten Auf dem Glowstone-Block ungefähr Alter! Ich bin glaub ich zu schnell Ich mach's mal wieder vorsichtiger jetzt Wir sind so gearscht Wir sind so gearscht Wir sind so gearscht Ich bin fast auf dem dritten Glowstone-Block Ich hab Angst, das jetzt hier auszulassen Ich war auch schon auf dem dritten Ich war sogar fast auf dem vierten schon Nein! Nein! Ach, das ist doch kacke! Das mit dem Lehm stimmt überhaupt nicht Was verarscht der uns eigentlich? Ach so, doch! Natürlich! Was denn? Yay! Und direkt in... Ey, ne, oder? Der Weg stimmt schon Du musst genau auf dem Lehm schauen, das ist nämlich der Weg Ja toll, hab ich vorhin... Hat er mich runtergeschmeißen müssen Dass das der Weg sein soll Alter, ist aber geil gemacht Hier musst du jetzt runter Siehst du? Hier wo ich stehe, musst du loslassen Und dann gehst du hier hoch So... Hast du's? Und wenn du hier stehst, musst du hoch hüpfen eins Und dann... Da drauf hüpfen Hier ist ne Lücke Was mach ich, wenn ich hier stehe? Was mach ich, wenn ich hier stehe? Was mach ich, wenn ich hier stehe? Ah, spring, okay Kann ich den Ding da loslassen? Nein, nein, das ist ne Lücke 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 Spring Warte, nein, ich geh auf dem Schritt zurück Ich bin grad im Schiffenmodus Oh Gott, oh Gott, ich stehe immer Waffe, warum? Wow, wie lecker Oh, ne, halt mich hin Ich halte mich fest Äh, äh, so Ja, bei der Lücke Ja, ich hab ja auch gedacht, scheiße, nicht runterfallen Oh, wow Oh, Leute, sehr geil Ja, ich hab ja auch gedacht, scheiße, nicht runterfallen Nein, ich hab die Macht, aber ich, 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 ich verlieb die Nerven Ich verlieb die Nerven Hey, du musst mal alles, ist das, was ich jetzt mal da Äh, ein Hochsprung oder was muss ich jetzt machen? Vorsichtig Ich werde schon wieder sterben Oh Gott Nicht die Schifte, das zu los, das ist nicht die Schifte, das ist der Untergang Ja, super Scheiße Hast du runtergefallen? Nein! Ja! Ach, Manu! 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 Ich bin am Ziel, aber ich warte auf dich Manu! Scheiße, jetzt hab ich kein Fett davon, ich muss dir helfen Ähm, ich könnte jetzt zurückgehen, also mich umbringen und dir entspringen Ja Nee, lieber nicht Soll ich mal schauen, ob da irgendwas ist, wo wir die Redstone Fackel brauchen? Kannst du tun Aber jetzt, da wir, da ich weiß, wie das funktioniert Es ist nicht mehr so nötig Äh Äh, ich hätte gerne einmal hier, ne? Ja, wir brauchen eine Redstone Fackel Ja, super, das heißt, du brauchst nicht einmal sterben Oh Ich geh nochmal sterben Äh, ich Aber nimm nur eine mit immer, gell? Sonst ist es zu gefährlich Ich nehm gar keine mit Du lässt es mit Vielleicht sind wir gestorben Aber es ist eigentlich ganz einfach Wenn man den Weg weiß, ist es gleich Man weiß ihn ja Man weiß ihn ja Ich brauch nicht mal mehr das Ding da oben fast Let me vorbei Äh, sorry, dass wir jetzt nicht reden, aber irgendwie... Ihr habt ja die Musik Ja, das ist doof Ja, bei mir haben sie nichts Soll ich dich rüberschlagen? Nein Du sollst mir hier mein Zeug machen lassen Au Haha Hab ich dich... Ich hab dich übersprungen Ich mach dich auch gleich, Junge Ja, freu dich, n' Keks Ich, ich, ich kann irgendwas nicht Ich freu mich, n' Keks Wir haben es eh gleich geschafft Wir haben es eh gleich geschafft Hier musst du jetzt eh kaum springen Kennst du die Seite www.buckd1.gd? Oh Gott Du musst dann gar nicht mehr springen, wenn du jetzt hier bist Erstmal n' Key da rüber werfen Okay, ich hab's geschafft Mit der Fackel Lass sie hier Ja, da muss jetzt nur noch Was machst du denn? Hahahaha Ich weiß es, ich hab die Schifflaste gar nicht losgelassen Hahahaha Naja Ich nehm den letzten Unfang gar nicht Ich hab eine, du brauchst keine mehr Ich will aber eine mitnehmen Als mein Siegesdinger Wie am Eryphanische Flagge gemohnt Ach, das ist unfair Mann, ich hab's fast geschafft Ärgerlich Oh, AUSCH Ja Und ich will, wenn bei mir keine da ist, wenn man nicht gestört wird Ja, super Erstmal war ich das Opfer, ne? Wissen deine Eltern eigentlich, dass du das machst? Wissen deine Eltern eigentlich, dass du das machst? Also, Lesplay Dass du Lesplay aufnimmst? Wie, warum, warte mal, ey? Nein, mein Vater geht nicht, ihr wisst, was du da aufnimmst, oder sonst Ich weiß ja gar nicht, was du da aufnimmst, oder? Ja, ich hab meine Eltern aufsicht gesagt Und meine Mutter so Ja, ich geh dann aufnehmen, bitte So, meine Schwester weiß das Die stört dann auch nicht Schau mal, was wir jetzt schon gemacht haben, nochmal Meine Schwester ist mein größter Kritiker Ey, du musst angucken, du musst angucken Ja, ja, es ist gut, lass mich jetzt All Polish haben wir gefunden, würd ich sagen Au Travel to the Neta schaffen wir gleich Wir schaffen gar nichts gleich Make a Vale, äh, Travel to the Neta, Old Greenhouse, das haben wir auch gefunden, glaub ich Zeig ich jetzt mal Äh, hier ist entweder grad ein Bug, oder... Ich sehe hier... Ah, ich glaub ich bin vorhin an der Liane runter Gefallen Weißt du, wir haben schon 10, hm? Ach, und wenn nicht... Wir können auch welche machen, weil, das steht nicht aus Stein, oder was? Jaja, einfach 10 Spitzacken Ey, du hast gleich, du musst gar nicht springen Einfach Schiff gedrückt, halt nur durchlaufen Ja, ich weiß, ich bin aber vorher in diesen scheißten Jahren runtergefallen, das weiß ich Deshalb tötest du dich frei Okay, komm, da musst du dann springen, einmal noch Bis, bis... Nein, du musst gar nicht springen Einmal, mein Gott, ein Eins-Sprung Jetzt kannst du... Ich lass jetzt los, oder? Weiter, fort, weiter, fort, jetzt loslassen Und jetzt rüber springen, ein Block Oh, ich werde sterben Oh mein Gott, 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 ich war grad wieder in deinem Kopf drin, geh weg Oh, warte, ich hab vergesst, eins nicht zu setzen Meins Da liegt was für dich Da liegt was für dich Oh Gott, ey Da liegt was für dich Hinter dir liegt was für dich Achso, Feuerzeug Feuier Oh Gott, ich bin so dumm Das war ich Ich bin so dumm